Die Nummer 1 ist zurück. Er ist zurück. Al Capone. Er und seine Bodyguards. Er und seine Girls. Er und sein Chicago Nightclub. Er ist ihr Gastgeber. Sie können spielen und zocken. Sie können essen und trinken. Sie können feiern und tanzen. Und das alles in seinem Chicago Nightclub. Das sind die Zutaten für einen richtig schönen Abend. Doch da sind noch die gefährlichen Attentäter. Und da ist eine chaotische Razzia. Und da sind Frankie Rio und Jack McGurn. Und da sind noch Al Capones Leidenschaften. Und so wird alles ganz anders. Es wird turbulent, es wird bunt, es wird Comedy. Es wird ein Dinnerabend im Chicago Nightclub im Stil der 20er, 30er Jahre Amerikas. Und sie sitzen nicht in der ersten Reihe. Sondern sie sind mittendrin. Also zuerst interessieren. Die Appel связ die denn? Und fühlt es besser alsuffy. Aber das stimmt. Also zuerst mal. Und da ist er dafür sehr einfach mouse. Und das stimmt. Vielen Dank.